Fünf Zeichen, die offenlegen, ob du ein Seher bist. Was ist ein Seher? Ein Seher ist jemand, der durch Zeit und Raum sehen kann, der Dinge sehen kann, die ein Normalsterblicher nicht sehen kann, der diese besondere Gabe hat, die er aktiviert hat in sich und die es ihm möglich macht, Vorhersagen zu treffen, Visionen zu haben. Was sind die Zeichen für Menschen mit dieser außergewöhnlichen Fähigkeit? Bleib dran, denn am Ende habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Aber bevor ich beginne, wenn du gerne ein wöchentliches, energetisches und astrologisches Update haben möchtest, dann melde dich gerne an für meinen kostenlosen und unverbindlichen Newsletter, alle Infos direkt hier unter dem Video und teile dieses Video unbedingt mit anderen Menschen, die sich auch für diese Themen interessieren. Was ist das erste Zeichen, das dir zeigt, ob du ein Seher bist? Ein Seher sieht Dinge, die andere nicht sehen können. Ein Prophet zum Beispiel, er empfängt Botschaften, Botschaften von der geistigen Welt. Er hört die Wahrheiten und die gibt er weiter. Aber ein Seher, der sieht die Dinge mit seinen Augen. Er ist hochgradig visuell. Und das kann dann sein, dass er plötzliche Visionen empfängt, vielleicht sogar ohne, dass er damit rechnet. Völlig unerwartet kommen plötzlich diese Bilder und manchmal richtige Filmzenen oder manchmal auch in Träumen, dass er Klarträume hat, wo er diese Bilder und Filmzenen erhält oder in Meditationen und wo er dann weiß, dass das von großer Bedeutung ist. Er weiß, das ist ein ganz besonderes Geschenk, was er da gerade erhält. Ein Seher ist also vor allem hochgradig visuell. Und oftmals kommen diese Bilder und Sehnen, die er sieht, ohne dass er irgendeine bestimmte Technik oder eine bestimmte Methode anwenden muss. Sie kommen einfach so. Manchmal, wenn er vollkommen entspannt ist und an etwas ganz anderes denkt. Zeichen Nummer zwei, das dir offenbart, ob du ein Seher bist. Seher können nicht nur Dinge sehen wie Visionen oder Filmausschnitte, sondern sie bekommen auch die dazugehörigen Informationen. Ich nenne das oftmals Downloads. Manchmal kommen diese ganzen Pakete an Informationen sogar noch, bevor diese Visionen und Bilder kommen. Und in diesen Downloads ist alles sozusagen enthalten, um was es bei diesen Visionen und Bildern geht und was auch die Lösungen sind. Alles ist dort bereits komprimiert enthalten und dann müssen diese Downloads mehr oder weniger ausgepackt werden. Und wie gesagt, manchmal kommen diese Downloads sogar, bevor die Visionen kommen. Und das kann manchmal ganz, ganz simpel sein. Zum Beispiel, dass du auf dein Handy schaust und du weißt, dass es jetzt gleich klingelt und du bekommst den Download, wer anruft, um was es geht und was die Lösung ist. Du weißt bereits alles, bevor diese Situation überhaupt eintritt. Und für einen Seher kann das etwas sein, was für ihn vollkommen normal ist, wo er gar nicht erkennt, dass er eine ganz besondere Fähigkeit dafür aktiviert hat, weil ihm das zum Beispiel ganz, ganz oft passiert. Und er weiß, jetzt wird mein Telefon läuten und ich weiß, wer anruft, ich weiß, um was es geht und ich weiß auch, was die Lösung ist. Das kann manchmal so simpel sein. Zeichen Nummer drei. Ein Seher hat bewusste Erfahrungen, die weit über den weltlichen Rahmen hinausgehen. Zum Beispiel hat er vielleicht Begegnungen mit anderen Lebensformen, zum Beispiel auch außerirdischen oder aufgestiegenen Meistern oder Elementarwesen aus der Natur wie Zwerge oder Elfen oder Feen. Für ihn kann das etwas sein, was ganz normal ist. Oder ihm begegnet Jesus in seinen Träumen. Und für ihn sind diese Begegnungen genauso real wie sein normales Leben. Er macht da keinen großen Unterschied. Er weiß, dass das, was dort passiert, zwar auf einer anderen Ebene stattfindet, aber genauso real ist wie sein normales Leben. Und oftmals hat er mit diesen Wesen schon eine ganz lange Verbindung. Und es ist für ihn sogar dieses Gefühl als, komme ich wieder nach Hause, wenn ich mit ihnen zusammen bin. Manchmal kann es natürlich sein, wenn du zum ersten Mal mit außerirdischen Energien in Verbindung kommst, dass du das Gefühl hast, dass sich das etwas fremdartig anfühlt. Aber dann im Laufe, wenn du offen bist, spürst du relativ schnell, dass es dort eine ganz tiefe Verbindung gibt. Und dass es sich so anfühlt, als wärst du Teil einer anderen Familie, die sich dort immer mehr dir eröffnet. Zeichen Nummer vier, dass du ein Seher bist. Du kannst mit Toten sprechen. Du kannst Verstorbene wahrnehmen. Oftmals erscheinen sie dir fast genauso real wie normale Menschen. Und so verhalten sie sich dir auch gegenüber. Und dann weißt du manchmal vielleicht gar nicht, dass du diese Fähigkeiten hast und ein Seher bist. Und du wunderst dich dann vielleicht, warum trägt diese Person so einen komischen alten Anzug oder so eine komische Uniform oder hat so eine merkwürdige Frisur wie aus einer anderen Zeitepoche. Und das liegt dann daran, dass sie wirklich von einer anderen Zeitera stammen. Und du einfach über deine besonderen Fähigkeiten sie genauso wahrnehmen kannst wie ganz normale Menschen. Zeichen Nummer fünf, du hast Déjà-vu-Erlebnisse. Und die sind vollkommen klar. Du kommst vielleicht an einen Ort, wo du noch niemals zuvor in deinem Leben warst. Und dort werden Erinnerungen wach. Du weißt genau, wenn du diese Straße weiterfährst, dann kommst du zu dem und dem Haus oder kommst zu der oder der Kirche. Oder du weißt genau, wie es in diesem Haus innen drinnen aussieht. Weil diese Erinnerungen eben etwas damit zu tun haben, dass du diese Verbindungen herstellen kannst über deine hellserischen Fähigkeiten, die du hast. Und dann kann es auch sein, du kommst an einen Ort und plötzlich beginnt ein Film abzulaufen. Zum Beispiel an einem ganz besonderen Platz. Du kommst an einen besonderen Platz, an einem Ort hin und plötzlich bekommst du Bilder, Visionen, Filme, dass dort vielleicht sogar schlimme Dinge passiert sind. Und dieser energetische Abdruck ist dort noch vorhanden. Und mit deinen Fähigkeiten kannst du diese Bilder oftmals wie Film sehen, sehen und wahrnehmen und fühlen vor allem, was dort passiert ist. Und du fühlst diese zum Teil eben noch, ja, diese sehr extremen Gefühle, die diese Aktionen an diesem Platz ausgelöst haben. So, das waren jetzt die fünf Zeichen, die dir offenbaren, ob auch du ein Seher bist. Und wenn du jetzt eines, zwei oder mehrere dieser Zeichen hast oder gerade dabei bist, sie zu entdecken, dann kann ich dir sagen, in dir liegt das Potenzial für noch so viel mehr. Die Kraft des Sehens ist ein großes Geschenk. Und auch, wenn es dich überraschen wird, im Grunde hat das Potenzial zum Sehen jeder. Jeder kann diese Gabe entwickeln. Und wenn du diese Sehnsucht in dir trägst, denn in Wahrheit sind wir alle Seher, dann gilt es, dieses Geschenk in dir zu entwickeln, dieses Potenzial in dir zu entfalten, das da in dir schlummert. Doch noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn du diese Gabe hast oder sie sich gerade beginnt in dir zu öffnen, mach dir bewusst, es ist eine so machtvolle Kraft, die nicht missbraucht werden darf. Und das bedeutet, du solltest damit sehr weise umgehen. Und wenn du zum Beispiel Zukunftsvisionen empfangen kannst, auch für andere Menschen erkennen kannst, wie ihr Weg aussehen kann, und jeder Mensch hat immer unendlich viele Möglichkeiten. Aber wenn du Optionen erkennen kannst für sie, dann solltest du trotzdem dieses Wissen nicht einfach ungefragt weitergeben, sondern ein Weiser wird seine Weisheit auf die Art und Weise mit anderen teilen, nicht um ihnen damit zu schaden oder sie zu überfordern, sondern er wird erkennen, dass auch für den anderen gewisse Entwicklungsprozesse wichtig sind. Und er wird versuchen, den anderen auf eine positive Art und Weise zu unterstützen. Zum Beispiel, dass er dem anderen, damit der andere selber zu diesen Erkenntnisprozessen kommt, er ihm die richtigen Fragen stellt und ihm damit hilft, damit der andere selber auf diese Lösungen kommen kann, die du bereits sehen kannst, aber die für ihn noch nicht sichtbar sind. Denn Menschen brauchen Schritte. Es nützt uns nichts, einfach irgendetwas vor den Latz geknallt zu bekommen, sondern wir müssen die Dinge absorbieren können, wir müssen sie verstehen können, wir müssen unsere eigenen Erfahrungen damit machen, wir müssen sie spüren können. Wissen entsteht, indem wir die Dinge spüren können und sie wirklich integrieren können. Und dann können wir sie leben, dann gibt es für uns gar keine andere Frage mehr, sondern dann ist es ganz, ganz klar, dass wir diese Dinge dann auch leben können. Deswegen, wenn du diese Fähigkeiten gerade in dir entwickelst, mach dir das bewusst, dass deine Weisheit und dein Wissen und deine Visionen, wenn du sie ungefragt einfach anderen weitergibst, manchmal auf Ablehnung stoßen, manchmal Schaden erzeugen können, auch wenn du es gut meinst. Daher lerne Weise, diese Gabe zu entwickeln und einzusetzen. Teile dieses Video gerne mit anderen gleichgesinnten Menschen und ich freue mich auch auf eure Kommentare, eure Erfahrungen. Ich liebe dich.